Fallig weißt du, rennst du dem Vogel hinterher, dann kommt dir so'n Spinner entgegen, ne? Stimmt's mit dem nicht? Er wollte doch nur spielen. Der hat was gegen Vögel gehabt. Das war so'n Peter-Aktivis, hundertprozentig. Wir haben hierbei kein Holz mehr, Leute. So, hier drüben ist fertig. Klar, Mil, noch Holz. Halt nicht mehr. Dann nimm doch den Schlitten ab. Hier oben sind auch noch ein paar Dinger. Irgendwer grunzt mich hier schon wieder an. Was? Ups! Der Vogel flog in die weite Richtung. Konnte nichts dafür, aber ich hab' die Fehler nicht bekommen. Find' ich jetzt nicht so gut. Die musst du aber auch selber einsammeln, das weißt du, oder? Ja, ich weiß, aber ich hab' die nicht mal fliegen sehen. Achso. Ich will ja auch immer Kaninchenfälle sammeln, damit ich mir... Wo dann ist die Frau, die Assis? Fliegerdeckung. Wann bauen denn die die? Ich krieg das gar nicht mit. Weg, geh tot. Dings, ich krieg das kaputt. Ah, ich hab' schon jetzt viele Stücke am Inventar, ich muss mal eben schnell ausleeren. Krieg das tot denn nicht kaputt. Geh' ich halt'n Baumfall. Boah, Alter, die Tore sind voll verwirrend. Nein. Por favor. So, Baumfall. Aber kann das sein, dass hier ne Menge Wald gibt? Könntest recht haben. Ein bisschen. Aber meine Playnex ist jetzt echt gut. Warum bin ich denn schon wieder covered im Blatt? Ich hab' mich doch gar nicht geprügelt jetzt. Achso, von dem Vogel vielleicht, den ich da zerschnetzelt hab. Da ist ein Vogel. Hol'n dir. Hab' ich. Und die Feder fliegt weg. Das sah so lustig aus. Achtung, Baum in seine Richtung. Pass auf. Pah. Pah. Ey, hallo. Ich darf ihn noch beantragen, wa? Ist voll. Ja, ist voll. Ach komm. Ich häng' irgendwo. Ja, anders ist das so schrecklich angeschnitten, ne? Die lassen sich voll kacke manövrieren. Ich schaff' schon mal den nächsten hoch. Ist das da hinten ein Hase? Bei Tienchen? Das bin ich. Da hängt ein Hase. Ja, hier rennen viele Hasen. Tode ich mir die aber. Hasen. Wir rennen alle auf die Lichtung. Ich will Hasen. Ich hab' einen. Ich seh' die meist nicht mal. Ich hab' auch Besuch hier. Oh, Manuel. Aber den Hasen nehm' nicht mehr hin. Oh, oh. Das sind wieder zwei, drei Mann. Zwei, drei Mann. Zwei, drei, vier. Oh mein Gott. Ey, chill. Chill. Alles klar. Mach's gut. Du motherfucker. Das sind gleich mal zwei, drei Stück hier. Da bin ich doch am Aaaaah. Da kann ich auch nur noch wegrennen, du. Alter, ich kann nicht rennen in mein Spiel. Alter. Alter. Aufm Dach. Aufs Dach, aufs Dach, aufs Dach, aufs Dach. Das sind zu viele. Es geht nicht anders. Aufs Dach. Sofort. Ich kann nicht mehr hoch. Ich bin tot. Nein. Ich bin Game Over. Das waren bestimmt drei oder vier Stück. Alter. Komplett tot? Ich bin ganz down, ja. Mein Totenkopf steigt gerade an. Wenn ich jetzt restarte, was ist denn denn? Dann bin ich weit weg, ne? Am Flughafen ist ja dann dein Flugzeug. Und was ist mit meinen ganzen Sachen? Die sind in dem Rucksack für ein paar Minuten. Okay. Also noch kann man mich wiederbeleben, aber ihr werdet wahrscheinlich nicht runterkommen, ne? Nee. Ich bin gerade so aggro. Alter, die haben mich so überrascht, ne? Vor allem, die kamen aus Richtung unseres Lagers. Damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Alter Schwede. Ich bin gleich komplett hinüber. Nein, du bist da. Du bist wieder da. Komm hoch aufs Dach, Mann. Ja, 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 ja. Dankeschön. Kein Problem. Erstmal ne Medizin reinstecken. So, jetzt geht mit meinem Bogen, Jungs. Das habt ihr nur einmal gemacht. Alter, der Ener hat den übelsten Anfall, Junge. Der Große war heftig. Der hat mich so aufgelucht. So war der Land. Der liegt aber noch nicht, der Assen. Jetzt liegt er. So, wo sind die anderen? Draußen ist Ener mit Licht im zweiten Wald. Ich habe Rache geschworen, Jungs. Und jetzt wird's dunkel. Na toll. Alter, das ist so mies. Und jetzt kommt auch noch so ein Scheiß-Fogel auf der Hand. Na klar, Moment. Hau ab, hau ab. Ich seh die nicht mal. Wo sind denn die alle? Also, ich hab auf jeden Fall mindestens drei gesehen. Warte, ich mach Licht. Medium mehr. Licht. Warum laufst du keine Flare an? Äh, keine Flare. Will ich nicht. Meine. Da hinten. Also, Einer ist in der Falle gegangen. Das hab ich vorhin gesehen. Da hängen zwei. Jaja, die hab ich auch gerade gesehen. Den habe ich direkt eingezündet. Wo ist denn der zweite? Wo sind sie denn jetzt wieder hin? Der Einer kommt wieder. In der Falle. Alle beide. Alter. Was ist denn hier los jetzt? Alter, was ist denn hier los jetzt? Alter, was ist denn hier los jetzt? Alter, wo kommen die alle her? Ja. Ja, das ist nicht so geil mit dem Feuer, ne? Ja. Jungs. Das gibt schöne Knochenrissungen. Hahaha. Meiner ist komplett kaputt, ne? Flachte fällt. Aber der Feuereffekt, der hält nicht sehr lange. Was machen die da? Ja, jetzt höre ich so'n Gesumme hoch. So'n Gesang. Da unten. Warte. Genau der. Der war das. Ne, der andere, der im zweiten Wald drinne ist. Äh. Ich häng' hier fest. Der brennt. Glaub ich. Kommt noch einer mit Licht? Nein, ich komm hier nicht mehr raus aus dem Bauhaus. Ich kann euch quasi nicht mehr helfen. Jetzt ist... Nur noch was im Lager ist. Aber das... Das hier Summe hast du jetzt auch gehört, ja? Ja. Das war ja voll verstörend. Das war einer, der irgendwie gebetet hat oder so hier draußen. Wetten? Wir gehen jetzt raus und da steht wieder so'n Verfick. So'n großes Mensch. Ob das... Ob das... Ob das... Ob das Beten solche Dinger sozusagen, äh... Das denk' ich nämlich auch gerade. Äh... Ich hab' nämlich gedacht, jetzt drehst du so langsam durch. Ja, ich dachte, hä, was... Wer summt denn von euch bei Ihnen jetzt hier? Na klar, ich setz' mich hin, wenn wir hier angekommen sind. Da weiß ich doch nicht. Da kommt wirklich bestimmt wieder so'n großes Vieh. Das hat der 100 Pro gerufen. Ich geb' dir mal Deckung von Jogo. Oh, warte. Hier summt's schon wieder, ey, ne? Da draußen ist er noch mit Licht. Warte, noch nicht. Nein! Er hat sich bewegt! Ausgerechnet wenn ich werfe! Arsch! Warte ich mit nem Molle... Nein, das ist grad ne ziemlich verfahrene Situation hier. Ach, richtig, ey. Bonus, ich brauch dich draußen. Bin unterwegs. Super! Fast keine Energie mehr. Also, Ausdauer. Ach, ganz draußen! Ganz draußen! Noch einer ist in der Falle drinne. Wie komm ich da raus? Wie komm ich da raus? Wie komm ich da raus? Oh mein Gott! Was bist denn du hier? Ich komm wieder rein. Flo, komm rein! Komm rein! Komm rein! Komm rein! Komm rein! Sofort, geh da rein! Alter, was geht jetzt? Wir wollen uns töten! Wir wollen uns töten! Natürlich! Ja, kommt! Wurfst du? Dann geh ich aus dem Weg! Oh, hier summt's schon wieder! Ey Leute, das ist eklig! Ja, ich hör's auch! Das kommt von Richtung Wasser fast! Links vom Wasser! Nee! Ich würd's gar nicht wissen, Alter! Das ist einfach nur eklig! Wo sitzt denn der Typ, der da summt? Das ist der hier vorm Tor! Scheint so, ja! Das ist ekelhaft, Alter! Der da war das! Der jetzt erstmal ne Runde brennt! Halt mal deine Klappe, du Vogel! Könnt's gleich noch mal ein bisschen brennen! Hast du den erwischt? Ja! Da ist noch einer! Ich würd's langsam knapp mit Pfeilen! Ich hab keine Pfeile! Au! Boah! Das ist so brutal! Gerade schon, ja! Wo ist denn der hin? Sieht's aus bei euch? Ich gucke mal, ob ich hier drüben ein bisschen aufräumen kann! Tina, wenn zu viele werden, sag mir bitte Bescheid! Ja! Ich bin da! Du bist der Geister! Im Lager! Kann mich grad nicht umdrehen! Jo, Flo, jetzt seh ich dich nicht mehr! Bin jetzt nur zwischen den Wellen! Wo ist er denn? Ich mach erst mal das Tor zu! Ja, mach mal das Tor zu! Das eh ne zumindest! Komm zu! Diesmal nicht freund! Oh, jetzt summt's schon wieder, Alter! Ja, ja! Das ist der, der direkt unter dir ist, Tina! Ach, da war eh ne! Nein, den hab ich gar nicht gesehen! Oh, Alter! Der teilt aber aus! Oh, Alter! Ich guck nochmal ein bisschen, ob noch was kommt! Ist er im Dau-, äh, ist er im Boden? Ja, der ist down, aber der hat ordentlich ausgeteilt, du! Alter, wieviel waren das jetzt bitte? Achte, neune? Ja, mindestens! Jetzt wird's langsam hier ein bisschen, äh, ein bisschen übertrieben! So, da kannst du nicht mal eben hier, ich hau die Male um! Das funktioniert dann nicht mehr! Das gibt ein schönes Lagerfeuer! Na, die meisten drinnen schon! Müssen wir erstmal unbedingt wieder Pfeile machen! Im Koop! So! Ich hab doch mal mitgedacht! Okay, sehr gut! Ich hab trotzdem grad mal einen Vogel erschlagen eben! Was war das? Was? Was war das? Was denn jetzt? Das war ja schon wieder ein Blümsgeräusch! Ich bin jetzt nur vom Dach runtergeflogen! Wenn du das meinst! Hier ist ein ganz komisches Summen! Also kein Summen aber! Es kommt wieder einer mit Licht! Da hinten, ja! Und er hat noch zwei andere im Schlepptau! Der ist aber verdächtig langsam! Moshi Klaus! Ernsthaft? Zwei, drei Stück! Mit, mit Galoppel 1! Wo denn? Hier oben! Müsst du! Ach, da ist! Ach du Scheiße! Wo sind die Pfeile? Hier, hier, hier! Bei mir, bei mir, bei mir! Hier! Brennt ihr Viecher! Wo sind die, Tina? Wo sind die? Hier hinten! Bei dir oder gut? Achtung! Zweimal Galoppel! Au! Tina, ich komm hoch zu dir! Ich hab Determin dabei! Komm! Komm hoch! Ich geh ins Wasser! Tschüss! Was los? Brennt hier? Weg von da unten! Ich kann nicht laufen! Ich kann nicht laufen! Ich bin fast am Boden! Nee, ich geh ins Wasser! Das ist mir zu heikel! Kann keinen, keinen Dings mehr machen! Okay! Ich versuche gerade Brandfeile nochmal zu machen, aber im Moment sieht es eher schlecht aus! Alter, wie kommt denn Muschi hier aufs Dach? Keine Ahnung! Wo sind die? Da, äh, hinter der Wand links! Ach, da! Letzte Dynamitstange! Scheiße! What the fuck, Alter! Dynamit fliegt! Habt ihr den Ehen jetzt erledigt? Den Ehen Muschi Klaus? Das sind beide angeschlagen! Super! Ich hab da auch noch Dynamit aufgesammelt vorhin! Wo ist denn das? Alter, eigentlich hab ich das am Hause! Unten links! Unten links! Hier ist Club Repair Tool! Ah, hier! Die hab ich noch vier Stück! Wo sind denn die? Hier, äh, linke Seite! Stirnseite vom Haus, von draußen! Okay, warte mal! Na kacke! Ah, das war zu weit! Oder doch nicht, ne? Galoppel brennt! Ah, scheiße! Jetzt hab ich unseren eigenen zerstört! Ist egal, scheiß drauf! Ist der tot? Die sind doch Babys irgendwo! Ja, ich hör sie! Ah, ich bin einfach da mit dem Dynamit, da bin ich noch nicht in Umgang gewohnt! Wurzflieger sind nicht so meins! Da, äh, rechts von der Lücke! Ja! Ist das so ein großer? Das ist Muschi! Klaus! Alter! Oh, jetzt wird mir noch kalt! Ich verliere auch noch... Ich mach das jetzt mit kaputt, ne? Mach! Oh, der Typ schlicht! Ja, ich muss ja den Typen irgendwie... Hab ich den... Ist der tot? Ja! Nein, siehst du die Teile da unten nicht? Ich musste ja irgendwie jetzt, weil ich konnte nicht hinter ihn werfen! Ich glaub, das war's aber, oder? Ich wechsel mal kurz auf eine nicht... Eine nicht flammbare Waffe, damit ich was höre! Laut Geräusch ist alles clear! Alter, was ist das bitte für eine Nacht? Das so happig! Ja, das fand ich jetzt auch richtig fes! Jetzt, jetzt, jetzt klauen wir erst mal was zu essen hier irgendwo! Ja, ich muss erst mal! Ich muss auch was essen! Äh, ich fall auch gleich ab hier! Auch wenn's, wenn's schon gleich sein muss! Das ist egal! Das Ding haben sie auch hier, wo da weggeklappt! Welches? Äh, das Trockensding haben sie auch weggeklappt! Hinten das, was in der Hütte stand! Ach, hier, da... Also Knochen haben wir jetzt eh voll, von daher guck ich mal wegen Essen, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das? Ja, ähm, hier in dem Feuer ist jede Menge Essen drauf dann! Was ist das? Da ist ein Baby! Wo? Hinter... Uh! Da ist weggeflogen! Es war grad hinter dir! Wo ist das hingeflogen? Ich hör's! Weiß ich nicht! Ich hör's ja! Alter, wir sterben! Ohne Witz! Nein, wir sterben nicht! Hey, wo ist die? Komm, das Essen muss fertig werden hier! Wir können essen, wir können essen, wir können essen! Da, die sind bei euch da drüben! Jetzt seh ich's ja erstmal! Nee, da, ich bin was unten! Schnell, hör mal, dann hoch hier! Ah, okay, weg, du Idiot! Ach, das Baby ist im Loch drin? Ja, dann lass es dann liegen! Nee, halt nie, das war so ne Skull! Das war... Nee, das war ein richtiges Baby! Das ist dir noch hinterher! Okay, das seh ich im Moment aber nicht! Paulus, ich halt dir mal rückenfrei hier, wenn man das reinkommt! Alter, ist die Nacht bald mal vorbei, bitte! Draußen rennt Eno! Na los, komm! Ich zieh dich mal an! Da steht auch Eno! Das Maul! Hier sind mindestens noch drei! Na ja, Eno ist hier bei mir! Er greift jetzt den äußeren Wall an, oder besser gesagt, er schreit den äußeren Wall an! Der trennt doch weg! Hier, da rückwärts die Schnetzel, diese... Na komm, los! Kommt doch her! Na komm, guck ich nicht zu blöde! Alter, guck mal, was die an äußeren Wall... Stürf! Na! Der kann! Die schließt auch mal auf! Wir kommen doch her! Ach, du schießt die gerade ab, oder? Ich hab grad getroffen einmal, ja! Ach, das ist Vergiftung! Das liegt ab, nicht so rum! Ist draußen safe? Dann noch aus! Jetzt ist glaube ich... ...safe und es wird endlich Tag! Alter Leute, was für ein Loch bitte! Ich schläft die einfach erst mal raus! Ich glaube, ich war auf dem Dach, wie kommt der bitte so... Da kommt jemand, da kommt jemand, da kommt jemand! Ach, hör auf! Zwei, zwei! Hör auf! Nein, zwei auf meiner Seite! Da hinten? Ja! Die Falle mal reaktivieren, wenn's geht hier! Oh, der ist drin! Wo drin? Der ist grad hier durch, in den ersten Wallrand! Ah, ich seh'n! Ja, unterm Baum! Ich guck mal wieder auf die andere Seite! Da sucht eh, ne? Und in den Gefressen! Das war ziemlich laut! Geh weg! Ich hab grad den Monat! Das war mein letzter! Ich brauch Alkohol! Ich brauch mehr Wusel! Ich brauch's doch! Einer ist am Boden! Noch welche? Der Ante brennt, glaub ich, hier unten bei mir noch! Den nehm ich an! Ich bin hinter ihm! Der rennt! Lachen! Dein Leben, Junge! Wenn ich's nicht kriege, Junge! Ich sag's dir! Au! Du kannst doch austeilen! Du, du brennst doch schon! Der hat schon... Seht ihr mal gebrannt? Der hat den Molotow abgekriegt! Voll in die Fresse! Safe? Meine Güte! Den hab ich! Bring mal mit! Der wollte doch wieder her! Reparieren! Ich guck weiter von oben! Tina, wir brauchen Baupläne! Ja, toll! Wenn du das guck, von oben oder wir brauchen Baupläne! Baupläne! Ihr wollt doch nur, dass ich sterbe, ihr Schweine! Ich wollt's ja nicht so formulieren für die anderen! Ich hab gar nicht gegessen jetzt! Wir haben allgemein kein Essen mehr da, wa? Nee! Nee! Ey, wir waren jetzt total kacke! Außer Rüstung! Wir waren total kacke, ja! Wir haben's überlebt, aber es war knapp! Hilft das, was wenn man umzieht irgendwie? Wenn man Stellung wechselt? Wie? Ich will ziehen um! Es hilft für vielleicht... Ich hör schon wieder hin! Ich hör schon wieder hin! Ein, zwei Nächte hilft das vielleicht! Kann mal bitte jemand gucken, während ich im Bau bin? Auf welcher Seite bist du gerade? Da, wo ein Loch ist! Ach, die Stirnseite! Aber wieso gehst du denn draußen? Geh doch ins Lager rein! Haaa! Ich muss ja die Wand ziehen! Ach so! So! Warte, ich mach eben... Ich schmeiß eben hier die Puzzis aufs Feuer! Und dann komm ich hin! Hab ich denn hin, Junge! So, ich bin da! Wo bist du denn? Na hier, ich braue! Ach, da! Ich muss bloß immer die Wand hier ziehen! Hier sieht's auf jeden Fall recht friedlich aus! Also hier ist jetzt, äh... Das ist dicht! Ist noch irgendwo ein Loch? Ich guck mal hier hinten nach! Oh, Alter, mich erschrocken vor der Tür! Willst du was? Also... Bauplan... Bauplan mäßig nicht, nein! Gut! Alter, bitte! Hey! Das war doch easy going, man! No problem, man! War gar kein Ding! Richtig! Ah! Warum? War was? Ja! Hat gestriffen! Sag mal, gibt's hier gar kein Tor mehr? Wo? Hier? Das müssen wir reinmachen! Ach, hier! Ah! Ich steh quasi direkt davor! Quasi direkt? Ich baue mir jetzt erstmal hier, äh, Rüstung, Knochen und so! Oh, ja! Ganz ehrlich, das ist mir die spektakulärste Folge ever! Oh, ja! Das ist auch jeden! Das denkst nur du! Wenn da noch Fettosch dazukommt! Oh, nee! Oh, ja! Den haben wir gar nicht mehr gedacht! Scheiße! Stimmt! Baa-de-dam-dam-dam! Baa-de-dam-dam! Neustarten sollte! Ich bin fit! Baumhaus! Da frage ich mich, wieso generell kein Baumhaus am Anfang gemacht wurde? Jetzt wurde es, dass du sagst? Ja! Ich hab doch keine Ahnung! Warum haben wir kein Baumhaus gebaut? Ich meine, noch haben wir nichts hochgeladen, noch könnten wir neu starten! Nein, ey, komm! Und wenn, dann machst du Staffel 2 draus! Jetzt sind wir schlauer! Jetzt wird zurückgewaldet! Genau! Ja, ich war halt am Anfang auch relativ nützlos, ne? Das war schon ein ziemlicher Nachteil! Staffel 2, jetzt wird zurückgewaldet! Wird definitiv kommen! Der Wald schlägt zurück! So, ich mach mal hier das Brett zu! Hä? Hä? Der äußere Wald ist fast fertig! Hä? Hä? Jetzt ist der Typ wieder hell! Ach, irgendwie wollte er grad die Rüstung nicht herstellen! So, ich baue jetzt hier in ein paar Abständen immer mal so ne Molotowbombe rein, ja? Jo! Also ich hab auf jeden Fall erstmal wieder ne Rüstung! Das ist schon mal gut, weil ich sprinte ja sowieso drauf! Also, wenn sich das mal wieder beruhigt wäre eigentlich, ist ne Exkursion nicht schlecht! Wie kann ich mich denn mal heilen? Hiermit? Mit der weiten Arznei, genau! Mit Metz! Hau dir die Pillen rein! Na, ich hab noch die anderen noch, die ich mir hergestellt hab! Ah, das hier gut! Was ist ne Shikuri? Na Shikuri! Okay! Wie kann ich die Fallen? Will doch jemand netz! Ich könnte noch ein paar herstellen! Wie könnte ich denn die Fallen für uns markieren? Kannst du da was dran machen? Ähm, nicht! Das ist auch das Problem! Das wenigstens! So ne Fahnen werden die schlecht! So ein was? So ne Fahnen werden die schlecht! Aber das geht halt nicht, ne? Doch! Also, es wäre halt einfach ein Stock! Mit, 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 mit der Farbe dran! Na denn? Mach doch nicht! Ich glaub niemand raus! Okay! Mensch, ich will nicht essen! Ich will das Feuer hier anzünden! Oha! Hier ist überall nur Eid, aber ich kann's nicht mehr... Ah, jetzt! Was für ne Farbe soll denn das werden? Lila? Ja! Gut, Lila als Falle, okay! Alter, ich hab gedacht, ich seh nicht richtig, Alter! Das ging ja quasi richtig ab! Oh, ja! Ja, das war jetzt... Easy going! Too easy! Ich dachte, da eigentlich kommt ein bisschen mehr! Ja, dachte ich auch, was? Seid ihr ein bisschen nacklos auch nicht? Was macht denn sie? Hübsche Stellung! Aber ich muss unbedingt mehr meine Axt benutzen! Also diese Stone Eggs, die müsst ihr auch mal aufwerten! Ich hab ja noch ein paar Zähne! Ich will jetzt erstmal diesen Ball dort fertig haben! Ja! Damit man sich hier über sich aufgeben kann! Also ich... Ist jetzt noch irgendwas, was die aufs Feuer schmeißen könnte? Essensmäßig hab ich ein bisschen Vogel! Ich hab grad gar nichts mehr! Ich hab grad alles... Ich hab'n Vogel! Ich hab'n Vogel! Ja, das machen die da eh wieder kaputt! Du bist da aber wenigstens zwei Minuten mehr sicher als alles andere! Dann kommen die ja gleich rein! Die Viecher! Brauchen wir uns doch bloß umwind stellen! Da passiert doch nix! Hier, jetzt ist gerade es ist Zeit, falls jemand und so... Jetzt oder nie! Ich brauch' die! 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 Für Molotow! Ja! Ich brauch' die! Was? Zweierpatrouille! Ich hab'n! Ich hab' keine Bock mehr! Ich denke sie haben mich vielleicht gesehen! Ich will erstmal was essen! Jupp, sie haben mich gesehen! Wo seid ihr denn? Du bist ganz schön rot! Musst du so sein? Ja! Ich hab' orange Farbe dran! Sie kommen! Oh nein! Dreimal! Und? Au! Ich hör sie! Ich will doch nur was essen! Da warten wir jetzt! Ich dachte wir heute tot! Ich hab halt Hunger halt so, wie, weißt du? Das Wasser kommen die nicht, ja? Nein, eigentlich nicht. Na gut, wir haben wohl gesagt, die kommen nicht aufs Dach, wa? Ja, und Musiklar stand grad neben mir. Will ich damit nur anmerken, ja? Ich hab noch nie gesehen, dass Musiklar aufs Dach kommt. Oh, da nächste, da nächste? Oh, da hinten sind ganz schön viele. Ja, und, äh... Das sind bestimmt vier Stück. Ich hab gar nicht... Das ist dann auch mir ein Ticken zu viel. Die werde ich wohl taktisch mit dem Bogen machen müssen. Ja, mach mal. Ich habe keinen Alkohol mehr. Habt ihr noch Pfeile alles? Pfeile, ja. Ich hab noch, oh ja. Aber nur normal und vergiftet. Wo sind die denn hin? Ahnung. Die sind weg. Einer hängt. Cool. Ja, aber die anderen, die sind weg. Ich hab's noch da gelaufen sehen, aber jetzt... Na dann, wenn alles wieder safe ist... Ich seh sie nicht mehr. Ich bin mal wieder runter vom Dach. Wie alt! Ich will jetzt nicht sagen, dass safe ist, aber ich seh sie auf jeden Fall nicht mehr. Oh, okay. Was denn? Was denn? Was? Was?